Herzlichen Glückwunsch für diese tolle Veranstaltung. Ich darf mich kurz selber vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Kleinwächter. Ich war 20 Jahre lang Professor an der Universität in Aarhus in Dänemark, wo ich einen Masterkurs über Internet Policy and Regulation hatte. Ich habe mich seit 30 Jahren oder noch länger mit dem Internet beschäftigt. Ich bin in den letzten Jahren sehr stark hineingerutscht in ICANN. Ich will dazu gleich was sagen und bin dort mittlerweile im Board of Directors angelandet. Hier in Leipzig haben wir damals in der Wendezeit diesen Medienstadt Leipzig e.V. gegründet, weil wir der Auffassung waren, dass diese Wendezeit nicht nur dazu benutzt werden sollte, um neue Produkte in die Geschäfte zu bringen und die Fassaden zu verschönern, sondern dass diese Wendezeit zusammenfällt mit diesem strukturellen Wandel von der Industrie zur Informationsgesellschaft. Und wir haben uns also in dem Verein in den 90er Jahren dafür eingesetzt, sehr stark, dass in Leipzig diese, damals hat man Medienwirtschaft gesagt, heute würde man vielleicht sagen Informations- oder Internetwirtschaft, die Stadtverwaltung gebraucht den Begriff Kreativwirtschaft, dass man das also stärker fördert. Das ist nur teilweise mit einem gewissen Fortschritt verbunden gewesen. Auch die Stadtverwaltung hat sich da nicht so extrem mit Ruhm bekleckert. Immerhin gibt es die Media City und ein paar andere Sachen, die also 1990 noch nicht existierten. Und auch dank der Aktivitäten des Vereins in den 90er Jahren hat es da doch eine Entwicklung gegeben. Aber als wir im Jahr 2000 als Verein mit dem Slogan auftraten, Medienstadt im 21. Jahrhundert heißt Internetstadt, da hat die Stadt nicht so schnell geschaltet. Und wenn Sie sich rumschauen, ist in Deutschland, Leipzig, nicht gerade auf den Spitzenplätzen, was also Internetentwicklung betrifft. Das findet immer noch in Köln, Hamburg, München statt, viel in Berlin, aber nicht gerade in Leipzig. Umso erfreulicher ist es, dass Sie mit der Kryptokon hier in eine Nische hineinstoßen. Und ich kann Sie nur ermutigen, das also weiter auszubauen. Ich muss mal kurz fragen, wer weiß überhaupt, was ICANN ist? Wer hat von ICANN gehört? Also doch immerhin drei Viertel. So, dass ich mir da also etwas einführende Bemerkungen eigentlich ersparen kann. Die Situation, um die es auch in diesem Vortrag geht, ist, dass ICANN ja an und für sich die Organisation ist, die die sogenannten kritischen Ressourcen des Internet, die wir alle brauchen, ohne es davon eigentlich Notiz zu nehmen, verwaltet. Das sind also Domainnamen und IP-Adressen. Das heißt, wann immer Sie eine E-Mail losschicken, zu einer Website gehen oder irgendwas machen, brauchen Sie eine IP-Adresse. Die meisten Webseiten haben einen Domainnamen. Ihre E-Mail-Adresse ist basiert auch auf dem Domainnamen. Und man macht sich da keine Gedanken. Man nutzt einfach seine Adresse, was weiß ich, wie web.de oder leipzig.de oder google.com und macht sich keine Gedanken darüber, dass hinter den Namen google.com, dass das also ein Domainname ist, wo ein Registrant gibt, so eine Registry, die also die einzelnen Teile dieses Namens verwalten. Und das hinter jedem Domainnamen eine IP-Adresse steht. Das hat der Erfinder damals, John Postel, in den 80er Jahren, als die Kommunikation nur mit Nummern funktionierte, sagte, die Leute wären ja verrückt, wenn sie sich solche langen Nummern merken müssten, wie beim Telefonieren oder damals noch beim Faxen. Und er wollte also dem Internet Identifikationssystem über Nummern ein menschliches Antlitz geben. Und deswegen hat er das Domainnamesystem erfunden, wo man also die Nummern in Namen übersetzt, die dann leichter erinnerbar sind. Ob die Domainnamen in der Zukunft weiter diese Bedeutung haben, das ist eine andere Frage, die können wir vielleicht am Schluss diskutieren. Jedenfalls wurde das, was John Postel über 10 Jahre, 15 Jahre, ganz alleine gemanagt hatte, in Marina del Rehen, Kalifornien. Er war dort an dem Information Science Institute der University of Southern California, einer der Väter des Internet, 1998 verstorben. Als die sogenannte Dotcom-Boom stattfand in den 90er Jahren, da kam dann die US-Regierung, die die ganze Forschung von Postel auch gefördert hatte. Und hat gesagt, das kann man nicht mehr alleine nur einem Mann überlassen. Das muss irgendwo eine institutionelle Form bekommen, dieses Management der Namen und Nummern. Und im Ergebnis dieser Überlegung wurde dann 1998 von der US-Regierung ICAN, die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, gegründet, die also für das Management der IP-Adressen, der Domain-Namen zuständig ist. Die ICAN ist inkorporiert unter kalifornischem Recht in den USA, hat ein Jahresbudget jetzt von 120 Millionen Dollar, wird geleitet von einem 16-köpfigen Direktorium. Ich bin seit zwei Jahren einer von diesen 16, die da Stimmrechte im Direktorium haben. und hat eine sehr komplexe Struktur, hat drei sogenannte Supporting Organizations, die zuständig sind für den generischen Sprachraum, also die sogenannten generischen Top-Level-Domains wie .com, .info, .net oder den sogenannten Country-Domainraum wie .de oder .dk für Dänemark oder .uk für das United Kingdom. Das sind also drei solche Supporting-Organisationen. eine noch für die Adressen, die ASO, die Address Supporting Organization. Und dann gibt es eine Reihe von Advisory Committees in ICAN, eine, wo die Regierungen sitzen. Die haben mittlerweile 153 Regierungen, sind Mitglied des GAGs, Governmental Advisory Committee bei ICAN. Dann gibt es das At Large Advisory Committee, das ist, was die Internetnutzer vertritt. Da gibt es 15 Leute aus, jeweils drei aus den fünf Regionen, die also praktisch die Internetnutzer vertreten. Heute Nachmittag werden Sie Sandra Hoferichter noch bei dieser Talkrunde über das Recht auf Vergessen sehen. Sandra ist seit vier Jahren Mitglied von in diesem At Large Advisory Committee. Dann gibt es das Stability and Security Advisory Committee, die sich also um die Stabilität und Sicherheit dieser Kernressourcen das Internet bekümmern und der sogenannte Root Server System Advisory Committee. Wie Sie wahrscheinlich alle wissen, basiert ja das Internet auch auf einer gewissen Hierarchie, wo also die Root Server, die 13 Root Server im Zentrum stehen, die dann eben mit den Name-Servern verbunden sind und die Name-Server sind dann mit den Servern verbunden, der ISPs oder der Registrare und das landet dann in dieser Serverkette irgendwann beim Endnutzer. Alle diese Gremien sind bei ICANN aktiv. Die einzelnen Organisationen sind alle noch unterstrukturiert, also das ist komplizierter organisiert wie das Internationale Olympische Komitee und die machen im Grunde genommen die Politik weltweit für Namen und Nummern. Das Ganze findet noch immer unter der Aufsicht der US-Regierung statt. Teile der Aufsicht hat sie als die Obama-Administration 2009 ihr Amt antrat. Teile der Aufsicht hat sie abgegeben. Das heißt, ICANN ist in bestimmten Dingen selbstständig, aber in dem Kernbereich nämlich also die sogenannte Jana-Funktion zu der ich gleich noch was sagen will hat die US-Regierung immer noch die Aufsicht. Der laufende Vertrag läuft am 30. September aus und im Gefolge dieser Snowden-Geschichte hat die US-Regierung gesagt, naja, wir müssen langsam das mal einhalten, was wir bei der Gründung von ICANN versprochen hatten 1998 nämlich, dass wir nur temporär diese Aufsicht ausführen wollen und sie dann der Internet-Community selbst übergeben wollen. Und das hat sie dann im März des vergangenen Jahres angekündigt und da sind wir jetzt mittendrin in diesem Prozess. Wie gesagt, der Vertrag läuft am 30. September diesen Jahres aus und die Frage ist jetzt, wie geht das dann weiter mit der Aufsicht über diese Jana und dazu sage ich dann später etwas mehr Konkreteres. Bloß noch mal ganz kurz, ich bin erkältet und wir ab und zu mal zwischendurch gehusten müssen. Das Domain-Names-System ist also so aufgebaut, dass der Postel damals zwei Kategorien eingeführt hatte, die Ländercodes, wo also Länder ein Zwei-Buchstaben-Code bekommen haben und zwar das hat Postel selber nicht die Codes verteilt, sondern da hat er sich einer Liste bedient, die die Internationale Standardisierungsorganisation führt, die ISO, das ist die ISO 31-66-Liste und dort sind 243 sogenannte Country-Codes verankert, also eigentlich mehr wie die UNO-Mitgliedsstaaten hat, weil auf dieser Liste, die die ISO führt, sind also nicht nur Länder, sondern auch sogenannte Territorien vorwiegend Inseln drauf und das hat zu dieser kuriosen Geschichte geführt, dass also alle Inseln einen eigenen Ländercode bekommen haben, wie zum Beispiel in Großbritannien die Isle of Man, die hat einen Ländercode .im, das hätte man zu früheren Zeiten interessanterweise auch anders benutzen können und währenddessen zum Beispiel Schottland und Wales, die haben keinen eigenen Code und da gibt es also schon seit eh und je Streitereien, aber Postel hat immer gesagt, diese politischen Geschichten interessieren mich nicht, ich nehme die Liste, die die ISO hat, dann müssen die sich bei der ISO rumstreiten, wer also im Land ist und so ist es zu dieser Zahl 243 gekommen. Im Übrigen war die DDR auch auf dieser Liste und zwar die hatte den Kürzel Punkt DD, das ist aber nie delegiert worden, weil noch bevor das delegiert wurde, war die DDR zusammengebrochen, also die ist dann auf der Liste wieder verschwunden, aber theoretisch gesehen hätte also die DD Domäne auch delegiert werden können, die .SU Domäne für die Sowjetunion, die gibt es noch heute, gibt ungefähr 250.000 vorwiegend Russen oder ehemalige Sowjetbürger, die also unter der .SU Domäne ihren Domänen registriert haben. Neben den Ländercodes gibt es sogenannten Sachcodes, am Anfang hatte Postel die Idee sechs Reichen für aus, drei für die USA, .gov, .mil fürs Militär, .gov für die Regierung und .idu für die akademischen Einrichtungen und drei für die Welt, .net, .com und .org aber als dann Tim Barners Lee das World Wide Web erfunden hatte Anfang der 90er Jahre, da sagte er, das war vielleicht ein bisschen zu eng gedacht und da wollte er neue Top-Level-Domains einführen, aber mittlerweile hat er vor allen Dingen damals war das noch Network Solutions Inc. erkannt, dass der Domain-Namen-Markt sehr lukrativ ist und sie hatten ein Monopol für .com, .net und .org und als die US-Regierung Network Solutions gestattete, für Domain-Namen Geld zu kassieren, bis 1993 war das frei und 1993 kriegte dann NSI das Recht sozusagen Gebühren für einen Domain-Namen zu verlangen, 35 Dollar im Jahr, da haben die natürlich schnell gerechnet bei NSI und haben gesagt, wenn wir eine Million Mark Domain-Namen verkaufen, dann haben wir 35 Millionen, wenn wir 10 Millionen Domänen verkaufen, dann haben wir schon 350 Millionen, Domain-Domain-Domain-Domain-Domain-Domain-Domain-Namen zu viele zu viele zu viele Ressourcen habe, dann wird der Preis geht runter, wenn ich eine knappe Ressource habe, geht der Preis hoch und Dotcom-Namen konnte ich also gut verkaufen und so gab es in den 90er Jahren praktisch dann diesen Worteort Dotcom-Boom genannt, sodass der Domain-Markt sich wirklich zu einem Milliardenmarkt entwickelte, aber eben in einer gewissen Begrenzung. Technisch gesehen gibt es keine Limitierung, warum man bei diesen sechs generischen Top-Level-Domains hätte bleiben sollen und so wurde ICANN auch gegründet mit der Aufgabe, diese Beschränkungen zu überwinden und neue Top-Level-Domains einzuführen. Seit 2000 hat das ICANN auch gemacht, erst in kleinen Schritten. Dotinfo ist zum Beispiel so eine neue, ganz erfolgreiche Top-Level-Domain, die etwa sieben Millionen Registrierungen hat und jetzt seit drei, vier Jahren ist also der Damm gebrochen und jetzt kann man also sich für alle möglichen Namen um eine Top-Level-Domain bewerben. Momentan gibt es schon fast tausend neue generische Top-Level-Domains, ob die jetzt für geografische Namen wie .berlin, .köln, .saar, .nrw, das ist eine der jüngsteren gewesen, für Brandnames wie .google, .bmw, .allianz und so weiter und für generische Namen wie .books, .jobs und so weiter. Also das ist also ein paar Worte zu dem Domain-Name-System. Bei den IP-Adress-Systemen hat es also auch eine Entwicklung gegeben. Ursprünglich dachte man diese rund 4, und sonst was Milliarden IP-Version-4-Adressen, die würden reichen, weil, kann man sich vorstellen konnte in den 80er-Jahren, dass das alles so eine Entwicklung annimmt. Wir haben ja momentan etwa 4 Milliarden Internet-Nutzer weltweit und als man dann merkte, oh Gott, das wird vielleicht doch knapp mit den 4 Milliarden, da hat man also dann das IP-Version-6-Protokoll entwickelt von der IETF und da hat man nun Zilliarden an Domain-Namen. Also ich glaube nicht, dass die IP-Adressen mal ausgehen, was IP-Version-6 betrifft, aber alles ist noch basiert auf dem IP-Version-Fort-Prinzip und deswegen ist der Nummernbereich immer auch noch ein bisschen kompliziert, weil der Vorteil ist, dass sie mit IP-Version-4 auch IP-6 machen können, aber nicht rückwärts. Das heißt, wer IP-6 hat, der hat dann also ein Problem, zu IP-4-Adressen zu kommen und deswegen ist also durchaus eine Debatte jetzt in Gang gekommen, dass man sagen will, vielleicht kann man, ist dann also eine IP-Version-4-Adresse hat einen speziellen Wert, wenn das knapp ist, kann man die vielleicht verkaufen und so weiter. Es sind etwa zwei Milliarden zugeordnet, zwei Milliarden von IP-Adressen liegen auf Halte, vorwiegend bei amerikanischen Universitäten, die damals riesen Blöcke zugeordnet bekommen hatten von Jana und die warten nun wahrscheinlich drauf, dass sie irgendwie diese IP-Adressen lukrativ vermarkten können. Deswegen wäre also ein schneller Übergang zur IP-Version-6 auch hilfreich, um diese sozusagen eigentlich unberechtigte Kommerzialisierung des Adresssektors zu unterbinden. Gemanagt wird das innerhalb ICANs von der sogenannten Numbers-Ressource-Organisation, die fünf regionalen Internet-Registries, die die Nummern verteilen, als Dachorganisation dient. Also eigentlich gibt es die Adress-Supporting-Organisation innerhalb ICANs, aber die fünf regionalen Registries, für Europa ist das RIB-NCC in Amsterdam, die müssen, sozusagen, haben sich mit dieser NRO, der Numbers-Ressource-Organisation, ein Dach geschaffen, wo sie also ihre regionalen Politiken abstimmen. Das heißt, es gibt keine zentrale Stelle eigentlich für die Nummern, sondern das macht jede Region für sich. Für Europa ist das RIB-NCC. Das Wichtige ist auch, dass im Grunde genommen der Regierungseinfluss hier getunnelt wird. Das heißt, die Adressvergabe läuft so, dass also Jana vergibt Adressblöcke an die regionalen Internet-Registries und die geben die Adressenblöcke dann oder einzelne Adressen direkt an die ISPs, diese dann wiederum an den Registranten oder an anderen ISP ausleihen und so weiter. Und der tut dann also praktisch die jeweilige IP-Adresse flexibel zuordnen. Das heißt, nur in dem Moment, wo sie online sind, haben sie die IP-Adresse, wenn geht das wieder zurück in den Pool, sodass man also im Grunde genommen eine effektive Nutzung des Adressraums hat. Das ist vielen Regierungen ist das ein Dorn im Auge. Die Chinesen haben von vornherein das nicht ganz mitgemacht. Die haben also noch eine NIR gegründete National Internet Registry, weil natürlich die Identifikation und gerade wenn wir über Überwachung und so weiter reden. Die IP-Adresse ist das Flüsselelement, wo sie rausbekommen. Der Traum von Regierung ist, dass jeder also so wie in ihrer Passnummer, der Personalausweisnummer, dass sie bei der Geburt eine IP-Adresse kriegen und dann können sie also bis zu ihrem Tode kann alles über ihre IP-Adresse identifiziert sein, was sie machen. Und deswegen gibt es also für diese Politiken bei den Nummern gibt es also schon seit Jahren einen heftigen Streit, dass also vor allen Dingen Länder wie China, Russland und andere, die wollen also über die ITU eine Adressvergabestelle haben, wo sie sagen, wir wollen nicht dieses im Grunde genommen private Allokationssystem für IP-Adressen, sondern wir wollen das wie Telefonnummern unter staatlicher Kontrolle bekommen. Und das ist also eine der politischen Auseinandersetzungen, die da im Hintergrund ablaufen. Wir hatten ja heute als Thema in Sonderheit diese Jana Transition und wie wir da momentan stehen. Etwas vielleicht kurz zu den Jana-Funktionen. Die Jana hat im Grunde genommen zwei wesentliche Rollen spielt sie. Jana wurde also von Jean Postel gegründet 1989, heißt Internet Assigned Numbers Authority und am Anfang hat das der Postel alleine gemacht. Also das war eine Ein-Mann-Organisation und ist sozusagen auch immer ist eigentlich als das sozusagen Herzstück des Internet wird das betrachtet. Manche haben, ich sage dazu gleich ein bisschen was später immer gesagt, das ist wie der rote Knopf für die Atombombe des Internet. Wer also die Kontrolle über die Jana-Funktion hat, der kontrolliert im Grunde genommen das Herzstück. Das Internet, die Road-Server und eben die ganze Vergabesysteme für IP-Adressen und Domain-Namen. Also was Jana macht, ist also, dass sie die Adresseblöcke, nicht die einzelnen Adressen, sondern ganze Adressblöcke an die regionalen Internet Registry aushändigt und zwar bei Request. Also wenn ich Bedarf habe, muss dann den Bedarf heute sozusagen dokumentieren und wenn ich den Bedarf dokumentiere, dann kriege ich den Adressblock. Das müssen also die Rears machen. Und dann ist die Jana zuständig für das Management der Datenbasis für die Top-Level-Domains und zwar jetzt nicht für den ganzen Namen, sondern nur für das, was der sogenannte Familienname ist, also das, was rechts vom letzten Dot ist, also .com, .net, .org, .de und so weiter. Das heißt, das sogenannte Root-Zone-File, dieses Zone-File wird also in der Datenbasis, die im Root-Server angelegt ist, wird dort verwaltet. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel von einer .com-Adresse zu einer .de-Adresse gehen, dann ist es normalerweise so, dass also Ihr Server fragt also den Server Ihres ISPs an, kennst du diese .com-Adresse, wenn Sie eine .de-Adresse haben? Und der sagt, nee, muss ich also meinen Name-Server fragen, dann geht also der ISP bei .de geht zu .dennig und fragt, kennst du diese .com-Adresse? Und da sagt der Dennig-Server, nee, kenne ich nicht, muss ich den Root-Server fragen? Und der Root-Server sagt dann, ja, also ich kenne die Adresse nicht, aber ich weiß, .com, das kenne ich. Und dann reisen Sie, übersetzt der Root-Server praktisch die Kommunikation von .de zu .com, dass Sie die Domain wechseln und dann, wenn Sie bei .com sind, dann geht das Ganze wieder zurück, dann sagt VeriSign, ja, selbstverständlich kenne ich die Adresse, das ist der und der und so findet dann also Ihr Request für eine Website, findet also in Sekundenbruchteilen findet also die richtige Website oder E-Mail-Adresse. Das heißt also, die Root-Server erlauben die Kommunikation, der Umstieg von einer Domain auf die andere. Das heißt, innerhalb einer Domain brauchen Sie die Root-Server nicht, aber wenn Sie von einer Domain auf eine andere wollen, dann sind also die Root-Server gewissermaßen unverzichtbar. Im praktischen Alltag ist es so, dass wenn Sie einen guten Cache haben und Sie sind einmal bei einer anderen Domain gewesen, dann geht das auch nicht mehr über den Root-Server. Aber bei der Erstkommunikation, wenn Sie das erste Mal mit einer Domain kommunizieren, ist eben der Root-Server ganz wesentlich. Deswegen sind die Root-Server, insgesamt gibt es 13 Stück, aus technischen Gründen ist die etwas auf 13 limitiert, die also sozusagen das Herzstück darstellen. Alle 13 Root-Server haben im Grunde genommen dasselbe Datenset. Die haben also jetzt die Dateien von den 243 Country-Code Top-Level-Domains und jetzt den 1000 plus Generic-Top-Level-Domains. Und die Funktion, die Jana hat, ist, dass wenn Sie also eine neue Top-Level-Domain einstellen wollen in den Root-Server, muss jemand da sein, der das genehmigt. Oder wenn Sie eine Domain rausnehmen wollen aus dem Root-Server, muss auch jemand da sein, der sagt, ja, das ist okay. Oder wenn Sie beispielsweise die Eintragung verändern wollen, also viele Top-Level-Domains wie zum Beispiel denig, die haben nicht nur einen Name-Server, die haben also 12 oder 13 Name-Server, die über den ganzen Globus verteilt sind. Und jeder einzelne Name-Server muss also dann im Root-Server dort eine Adresse zugeordnet bekommen. Und also diese Modifikation dann, die muss also auch jemand genehmigen. Und diese Genehmigung, die praktisch die Autorisierung der Publikation von so einem Fall im Root, die hat bislang die US-Regierung gemacht. Das heißt also, wenn zum Beispiel denig also einen neuen Name-Server zugefügt hatte, dann hat sie das mit ICAN ausgehandelt, da gibt es einen Schriftverkehr, dann hin und her mit E-Mails, ja, da wird dann überprüft, ob das auch richtig ist, ob der Request auch von der legitimen Adresse kommt, sodass das alles hundertprozentig sicher ist. Und dann geht das ganze Tatenpaket, geht auf den Schreibtisch eines amerikanischen Beamten, der sich dann anguckt, stimmt das alles, dann stempelt er das ab, schickt das an Verisign und dann Verisign aufgrund des Vertrages, den Verisign mit der US-Regierung hat, geht dann in die Datei und tut das einstellen oder liquidieren oder modifizieren oder was auch immer. Das ist im Grunde genommen die Jana-Funktion, die zum Beispiel viele Regierungen als Argument benutzen, um zu sagen, das ist die Kontrolle der US-Regierung über das Internet. Das ist ebenso richtig wie falsch. Falsch ist, dass im Grunde genommen mit dieser Funktion keine Kontrolle über das Internet ausgeführt wird. Weil die Kontrolle über das Internet, das macht die NSA, das macht Google, das macht das chinesische, die Cyberspace- Administration von China, das machen also Baidu oder was weiß ich wie Alibaba oder Amazon, das heißt diejenigen, die mit den Milliarden Nutzern tatsächlich also kommunizieren, die kontrollieren und überwachen das Internet. Staatlicher Seite eben die entwickelten Geheimdienste und da gibt es wahrscheinlich nur drei, vier, die in der Lage sind, das zu machen. Die NSA gehört dazu, die Chinesen, die Russen teilweise, Deutschen wahrscheinlich weniger und bei den großen Unternehmen sind es eben diejenigen, die vor allen Dingen diese Milliarden Transaktionen haben und das ist also im Moment vor allen Dingen Facebook, Google, das ist also Amazon und bei den Chinesen ist es also Alibaba und Baidu, die Suchmaschine und Tao Tao, das soziale Netzwerk, die also Hunderte von Millionen von Nutzern haben und auf diese Art und Weise natürlich genau wissen, was ihre Nutzer tun, aber diese Kontrolle über den Rootserver ist nicht eigentlich die Kontrolle über das Internetverhalten. Es ist wichtig, dass es eine ganz wichtige Funktion ist. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, habe ich Probleme mit meiner E-Mail-Kommunikation, habe ich Probleme, eine Website zu erreichen. Insofern gesehen ist das also eine ganz zentrale Funktion, aber das ist mehr eine technische Funktion und auch die Rolle, die die US-Regierung ausübt, ist mehr die Funktion eines Notars, der überprüft, ob alles korrekt gelaufen ist in der Kommunikation zwischen der Registry und zwischen ICAN und dann, wenn der sagt, ist alles korrekt, dann stempelt er das ab und gibt das dahin. eine Reihe von Regierungen sagen immer, ja, das ist die Möglichkeit, die die USA sich, die USA-Regierung vorbehalten hat, um jemandem ein Land vom Internet abzuklemmen. Und ich sage, so, die könnten also einen Befehl geben, das Beispiel, ich war in der UNO-Working Group und Internet Governance zwischen 2003 und 2004, da hat immer der Kollege aus Saudi-Arabien gesagt, ja, dass also wenn die USA könnten also uns vom Internet abklemmen durch diese Funktion. Das ist also teilweise tatsächlich Nonsens, weil das immer wieder kommt, das Argument und das stimmt hinten und vorne nicht. Also das theoretische Beispiel ist so, das war damals die Zeit des Irakkrieges und Frankreich hat also nicht am Irakkrieg teilgenommen, wie Sie wissen, ebenso wie Deutschland. Und da hat Präsident Bush, der hat also aufgerufen, französische Waren zu boykottieren, also kein französischen Wein zu trinken, kein französischen Käse zu essen, um also die Franzosen zu bestrafen, weil sie dem Irakkrieg nicht mitgemacht haben. Und jetzt war eben das hypotische Modell, könnte jetzt auch Bush jetzt anrufen, den Handelsminister und sagen, also bitte gib Verisign den Auftrag, die sollen also .fr, die Domäne, die französische Domäne aus dem Internet streichen. Theoretisch wäre das möglich, also Bush würde den Minister anrufen, der Minister würde dann Verisign anrufen, weil Verisign hat einen Vertrag mit dem Wirtschaftsministerium und muss alle Anweisungen, die das Wirtschaftsministerium macht, für das Management des sogenannten ARU-Servers, müssen die also ausführen und da hätte der jetzt sagen können, ja also bitteschön, du musst das jetzt machen und da wäre also der Kollege von Verisign, der wäre in die Datei gegangen, hätte geguckt, hier .fr, markiere und delete und da wäre fort gewesen. Das heißt, wenn jetzt jemand mit fr über den ARU-Server hätte kommunizieren wollen, da hätte der Server geantwortet, fr kenne ich nicht, geht wieder zurück. Aber was wäre passiert? Also das Rootserversystem basiert auf den 13 Rootserver, die in der Kette sind und da sind jetzt drumherum gruppiert etwa 200 andere Rootserver, die sogenannten Anycast-Servers, die also an den schwedischen Rootserver und an dem L-Root-Server und dem Rootserver dranhängen. Und die kopieren die Dateien von dem ARU-Server. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel diese FR verschwunden wäre, dann wäre das spätestens nach acht Stunden auch bei dem L-Server in Stockholm angelandet und dann hätte der Operator von dem Stockholmer Server gesagt, was ist denn hier los? Wer hat denn das hier entschieden? Es gibt keine rechtsverpflichtende Abkommen zwischen den Rootserver Operators. Das heißt, die 13 Rootserver Operators, die haben freiwillige Absprachen miteinander, diese Spiegelung alle acht Stunden durchzuführen. Wenn sie das nicht machen, brechen sie praktisch keinen Vertrag. Sie werden also nicht vertragsbrüchig und können deswegen auch nicht vor Gericht gezerrt werden. Das heißt, mit anderen Worten, der Schwede hätte dann wahrscheinlich gesagt, die spinnen wollen die Amerikaner und ich lasse den FR drin. Dann hätte man eine Art gespaltenes Internet gehabt, Server in Stockholm hätte ihn gehabt. Das hätte vielleicht bei einer Kommunikation mit einer FR-Domain zu einer Verzögerung von 3, 4, 5 Millisekunden geführt. Also der Nutzer hätte das gar nicht mitgekriegt. Das heißt, so eine Möglichkeit theoretischer Art, die aufgrund der Konstruktion des Jana-Service gegeben ist, dass die US-Regierung ein Land vom Internet abklemmen könnten, die ist im Grunde genommen wirklich eine reine theoretische Option und die Amerikaner wissen das auch im Handelsministerium und sagen, das ist Quatsch. Wir würden uns ins eigene Knie schießen, die Welt würde empört sein, es würde noch mehr Kritik auf der USA landen, wenn wir ein Land vom Internet abklemmen würden. Es hätte gar keinen Effekt und binnen 5 Minuten hätte irgendeiner eine Brücke gebaut, um also diesen A-Root-Server zu tunneln oder zu blitchen oder irgendwie so. Also das ist, deswegen sage ich, also diese Roots-Server-Funktion hat einen hohen symbolischen Wert, deswegen ist auch so politisch umstritten, aber rein faktisch gesehen ist das nicht der rote Knopf, mit dem man also das Internet ein- und ausschalten könnte oder Länder abklemmen könnte. Es gab ein paar Beispiele, wo tatsächlich ein Land keinen Internet Zugang hatte, zum Beispiel im Irak, diese W-Domain .iq, das ist Irak, aber das lag nicht daran, dass die US-Regierung Irak abgeklemmt hatte, sondern dass es drei konkurrierende Leute gab, die behaupteten oder wollten, dass sie die Registry betreiben für eine, der hatte das von John Postel noch in den 90er-Jahren delegiert bekommen, saß in USA, war aber in krumme Geschäfte verwickelt und saß im Gefängnis in Kalifornien ein. Und der hatte aber die Delegation und ICAN ist dafür zuständig, die hätten nun eine Redelegation vornehmen müssen und wussten jetzt aber nicht, an wen sie das delegieren sollten, weil unter dieser neuen irakischen Regierung gab es zwei Ministerien, die darum stritten, die Registry zu betreiben. Das heißt, da war das Wirtschaftsministerium und das Außenministerium, die dort IQ-Domain betreiben wollten. Und dann ging das lange hin und her und dann hat ICAN einen Brief an den Ministerpräsidenten von Irak geschrieben, hat gesagt, soll eine Entscheidung treffen, an wen man das delegieren sollte. Wenn man das dem im Gefängnis Einsitzenden wegnimmt, müsste man wissen, an wen man das delegiert. In der ganzen Zeit waren sowieso nicht viele Computer zu der Zeit im Irak, aber war abgeklemmt. Ein ähnliches Beispiel gibt es mit Libyen, die .ly Y-Domain, die war auch mal ein paar Wochen nicht erreichbar, aber das hing damit zusammen, dass den technischen Betrieb outgesourced hatte an ein britisches Unternehmen. Die haben natürlich nur auf Rechnung gearbeitet und die Libyen haben die Rechnung nicht bezahlt und er hatte gesagt, wenn du die Rechnung nicht bezahlst, dann klemme ich das einfach ab. Das hatte also mit I-CAN gar nichts zu tun. Die haben die Rechnung weiter nicht bezahlt und da konnte niemand an die L-Y-Domain ran. die Amerikaner, die können also Länder vom Internet abklemmen, dann ist das Unfug. Und diese Beispiele Irak, es gibt auch Afghanistan, ähnliches Beispiel, Libyen, das sind alles keine korrekten Beispiele. Aber natürlich ist die Funktion eine sehr symbolische Funktion, die sich aus der Geschichte ergeben hat. Die Amerikaner haben das Internet erfunden, die Strukturen sind dort gewachsen und als die US-Regierung gesagt hatte, das können wir dem Postel nicht mehr alleine überlassen, das müssen wir jetzt an die Organisation geben, da hatte sie gesagt, na gut, für eine Übergangsphase behalten wir die Hand drüber, aber dann sollen die das selber machen. Und da wollen wir uns nicht damit beschäftigen. Und das hat nun 14 Jahre gedauert. Das heißt, 1998 war der Plan, das binnen zwei Jahre an die Community zu übergeben. Wohlkraft drin ist und sagt, wir kontrollieren den ARU-Server, das ist auch gewissermaßen ein bisschen Symbolik von Machtausübung. Und Bush war acht Jahre dran und die Obama-Administration hat gesagt, wir wollen nun unser Versprechen einhalten, was die Clinton-Administration gegeben hat und hat daraufhin gearbeitet, praktisch den laufenden Vertrag dann, wenn das möglich ist, nicht weiter zu verlängern und die Aufsicht über also die ganzen Sachen mit Diana-Funktion an die Community zu übertragen. Das hat die US-Regierung im März 2014 angekündigt. Da wurde immer drüber spekuliert, ja, ja, die hatten schlechtes Gewissen wegen Snowden und wollten irgendwie brauchten eine positive Nachricht und wollten damit was gut machen und haben gesagt, so ein bisschen ablenken von der ganzen Debatte über Snowden und hier, wir sind ja gar nicht so und wir geben das weg. Also da geben die US nichts weg. Also das ist nicht, dass sie da eine Machtposition einüben, ausgeben, aber das hat einen hohen symbolischen Wert und das ist also wenig Substanz, aber hohe Symbolkraft. Das ist also das Problem mit der Yana-Transition. Bloß natürlich ist es klar, die technischen Funktionen für Namen und Number, das muss funktionieren. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, dann leiden die 4 Milliarden Internet-Nutzer und der ganzen Welt. Das heißt also, wenn ich keine Aufsicht habe und das im Grunde genommen einfach so sagt, macht doch euer Zeug alleine, wie der sächsische König dann nach 1918 gesagt hat, also macht euren Dreck alleine. Das hat natürlich ein Risiko in sich. Das ist dann auch schief gegangen in Deutschland. Da gab es Inflation und Chaos, brach aus und so weiter. Das heißt also, man braucht bestimmten Sicherheiten, dass also diese ganzen Verwaltungen dieser technischen Ressourcen, die also unabdinglich sind, dass das gut funktioniert. Und das hat auch die US-Regierung gesagt, dass sie ihrer Verantwortung gerecht wären, dass sie nur dann das der Community übertragen, wenn sie sich sicher sein können, dass die Mechanismen, die diese Verwaltung der Ressourcen auch dann betreffen, dass die in guten Händen sind, dass das nicht schief geht. So, im Laufe der letzten 14 Jahre ist eben in ICAN viel Vertrauen auch gewachsen, ICAN hat gezeigt, dass es in der Lage ist, diese globale Ressource zu verwalten. Der jetzige CEO, der hat das immer verglichen mit einem Kind, das mit Stützrädern noch Fahrrad fährt. Und jetzt ist eben die Zeit gekommen, wo man sagen muss, jetzt brauchst du die Stützräder nicht mehr, die können wir jetzt abschrauben. Also die US-Regierungsrolle hat so etwas wie die Stützräder für das Fahrrad. Und muss man prüfen, kann das Kind schon alleine mit dem Fahrrad fahren. Und auch so sicher, dass es nicht zur Quelle von Unfällen wird und viel Schaden anrichtet. Der Vertrag der Gegenwärtige läuft am 30. September aus. Und die US-Regierung hat gesagt, wir sind bereit, am 30. September irgendwo diesem ICAN oder Multistakeholder Mechanismus zu übergeben, unter der Bedingung, dass die Offenheit, Sicherheit und Stabilität des Internet nicht gefährdet ist. Und wir werden nicht zulassen, dass anstelle der Aufsicht durch die US-Regierung, also eine Regierung, das inzwischen staatliches Gremium übernimmt. Also die Diskussion geht ja schon seit 10, 15 Jahren, bräuchten wir sowas wie einen UN-Sicherheitsrat fürs Internet, wo also Regierungen im Grunde genommen diese Kernressourcen kontrollieren. Und da hat die US-Regierung klipp und Lage gesagt, also da werden sie dagegen sein. Sie will nicht, dass praktisch eine Regierung dann durch 10, 15, 20 Regierungen ersetzt wird, sondern das soll dann nur in den Händen der Community sein und nicht in ein zwischenstaatliches Gremium. Das sind praktisch die Bedingungen. ICAN hat das im März 2014 und die Community, die bei ICAN mittlerweile auch bald in die Zehntausende geht, haben das Russen wussten nicht ganz so richtig damit anzufangen, weil sie im Grunde genommen einen zwischenstaatlichen Rat im Rahmen der UNO, der die Kontrolle über die Ressourcen ausübt, gerade die IP-Adressen, aber auch Domainnamen gerne haben wollen. ICAN hat einen Prozess angeschoben, einen Multi-Stakeholder-Prozess. Unter Multi-Stakeholder versteht man im Wesentlichen die breite Community. Wer ein Stake drin hat, wer Interesse dran hat, der wird im ICAN Kontext als Stakeholder bezeichnet. Das ist primär natürlich die Privatwirtschaft, die Registries und die Registrare, aber auch die ISPs und die Registranten. Das sind die Zivilgesellschaft, also die Internetnutzer, die Nicht-Kommerziellen wie die kommerziellen Nutzer. Das ist die technische Community. Das sind natürlich auch Regierungen, die da mitreden, aber nicht als in dominanter Funktion, sondern das ist im ICAN eben so, dass die Regierungen nur in einer beratenden Funktion sind. Das Governmental Committee ist ein Governmental Advisory Committee. Die haben also nur Beratungsfunktion und keine Entscheidungsfunktion. Jana hat da zwei Komitees gegründet. Das eine ist die IGC, die Jana Stewardship Transition Group. Das ist eine Gruppe von etwa 40 Leuten, die die verschiedenen Communities repräsentieren, wo also Vertreter der Supporting Organisation, der Advisory Committees und andere Constituencies vertreten sind. Wiederum mit drei Untergruppen, weil drei verschiedene Themen berührt sind. Das einmal sind es die Namen, um die es geht, die Aufsicht, was ich vorhin beschrieben habe, über die Publikation der Zone-Files für die Top-Level-Domains und dann eben die ganze Nummerngeschichte, das sind die vom regionalen Internet-Registry, die eine Gruppe gebildet haben, die CRISP heißt, und dann die Protokoll-Community, das ist die Internet-Engineering-Taskforce, die ITF, die haben also eine Gruppe, Jana Plan heißt das, gebildet und die haben jetzt alle konkrete Vorschläge erarbeitet, wie denn diese Transition erfolgen sollte und da gibt es eine zweite Gruppe, die sogenannte Accountability-Arbeitsgruppe, die dann dafür sorgen soll, dass ICAN nicht sozusagen sozusagen aus der Verantwortung irgendwann auch in der Zukunft, wenn diese Transition erfolgt ist, entfliehen kann. Es gibt Befürchtungen von nicht wenigen, die selbst im US-Kongress haben das geäußert, die gesagt haben, so ICAN ist jetzt ein Geschäft geworden, ein Budget von 100 Millionen, vielleicht haben sie bald 500 Millionen und so weiter, wenn es um solche Summen geht, wenn es im Milliardenbereich geht, dann ist natürlich auch Korruption und Missbrauch schnell möglich. Kann ICAN sowas werden wie das Internationale Olympische Komitee oder wie die FIFA? die dann nicht mehr kontrolliert werden können und dann operieren die mit Milliarden Beträgen und keiner weiß, wo das Geld hingeht und so weiter und da ist also die Sorge oder die Notwendigkeit, dass man sagt, also wir müssen hier aufpassen, dass also sogenannte Accountability Mechanismen frühzeitig drin sind, damit also ICAN nicht irgendwann entschwindet im Board, dass sich 16 Board-Member dort sagen, so jetzt reißen wir uns das Geld unter den Nachhine und verschwinden damit und lassen also die Community auf ihren Names und Numbers sitzen. Also das muss hundertprozentig abgeklärt werden und das sind die Arbeitsgruppen, die momentan daran arbeiten, das ist sehr, sehr komplex. insgesamt gibt es eine unheimliche Aktivität. Also das sind alles offene Gruppen, die haben also fast eine wöchentliche Telefonkonferenz, wo also verschiedene Zwischenarbeitsergebnisse auch zur öffentlichen Kommentierung ausgestellt werden. Sie finden das alles auf der ICAN Webseite dokumentiert, also mehr wie tausend Teilnehmer sind aktiv an den einzelnen Arbeitsgruppen und Unterarbeitsgruppen daran beteiligt. Mittlerweile hat sich also so eine Art Entwürfe herausgestellt, also die Arbeitsgruppe über Accountability, die hat gerade am 4. Mai sozusagen ihren Entwurf zur Diskussion gestellt, sind 120 Seiten, wo also sogenannte Stresstests auch für die einzelnen Funktionen genau beschrieben werden, dass man also hundertprozentig sicher ist, dass wenn es zu so einer Übergabe kommt, dass also da nichts schief geht. So die Diskussion der Zwischenergebnisse, die wird jetzt bei der bevorstehenden 53. Eigentagung in Buenos Aires diskutiert werden und dann erwartet man, dass es so eine Art harmonisierten Vorschlag gibt im Juli, August, der dann an das amerikanische Wirtschaftsministerium oder Handelsministerium im US Department of Commerce, die dafür zuständig sind, weitergereicht wird und dann müssen die dort reingucken in den Vorschlag und müssen sagen, ja ist das okay oder trifft das unsere Kriterien oder nicht. und dann gibt es also verschiedene Optionen, weil Zeit wird langsam eng, am 30. September läuft der Vertrag aus und die Möglichkeiten jetzt, es gibt gerade einen Brief des stellvertretenden Ministers, der amerikanischen Wirtschaftsministers an die Vorsitzende der Gremien, dass die mal einen präziseren Zeitplan der US-Regierung zur Verfügung stellen, weil die ja auch brauchen das zu prüfen und ob die eben bis zum 30. September fertig wären und wenn nicht, dann kann man den Vertrag verlängern, also der sogenannte Jana-Vertrag hat die Option einer Verlängerung über zweimal zwei Jahre, das heißt theoretisch könnte man den Vertrag bis 2017 verlängern oder auch bis 2019 sogar, aber die demokratische, also die Obama-Administration möchte das gerne noch in ihrer Amtszeit erledigt haben und deswegen wird jetzt ein bisschen spekuliert, ob man, wenn man bis zum 30. September nicht fertig wird, dass man dann den Vertrag vielleicht um sechs Monate verlängert, da wäre man am 30. März, das wäre gerade in der Frühphase des beginnenden Wahlkampfs in den USA, weil in den USA mittlerweile eine heftige Debatte entspannt ist zwischen Republikanern und Demokraten, ob das eine gute Idee ist, von der Obama-Administration im Grunde genommen diese Funktion abzugeben an die Multi-Stakeholder-Community und da gibt es eine Reihe von Problemen bei den Vorschlägen, ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, vielleicht haben wir sogar noch Zeit zu einer Diskussion, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt verredet, wie die Zeit ist, haben wir noch 15 Minuten Zeit, die beiden wichtigsten Probleme, die ich hier nur ansprechen will, ist die sogenannte Idee einer Contract Corporation, das heißt also so eine Art Aufsichtsbehörde für ICANN, als eine eigenständige Organisation, also das heißt eine neue ICANN zu schaffen, die die alte ICANN überwacht, damit also die alte ICANN nicht entfliehen kann, aber dann stellt sich die Frage, ja wer überwacht denn dann die neue ICANN, da wird dann wie so eine Matryoshka, dass sie sagen, also wer kontrolliert die Kontrolleure und dann die nächsten Kontrolleure, das heißt also, da gibt es heftige Debatten, wie kann man einen Kontrollmechanismus haben, ohne dass man dabei in eine endlose Verbürokratisierung hineinkommt, so und das ist also noch eine schwierige technische Frage, wie man das löst und die andere Frage ist die sogenannte Separability, ob diese Jana-Funktion, die also jetzt unter dem Dach von ICANN laufen soll, ob die im Grunde genommen im Falle ICANN erfüllt seine Aufgaben nicht, ob man die herauslösen könnte und irgendwo anders dann machen könnte das und da hat also, das sind so zwei Streitpunkte detaillierter Art, wenn dann mehr also das ist sehr, sehr speziell, aber wenn Sie dazu Fragen haben, will ich gerne noch was sagen. Ich will zum letzten Slide kommen und will noch ein paar allgemeine Einordnungen vornehmen. Im Grunde genommen geht es hier darum, ob eine ganz wichtige globale Ressource, die für die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts von ganz entscheidender Bedeutung ist, ob die in einer Art Selbstverwaltung durch die Community erfolgt oder ob sie unter der Aufsicht von Regierung erfolgt. Das ist im Grunde genommen die Frage, die seit 15 Jahren auf der Tagesordnung ist und die jetzt mit dieser sogenannten Jana Transition wird sagen, das ist die Schöne der Wahrheit. Wenn das schief geht, wenn die Community nicht in der Lage ist, Vorschläge zu produzieren, die sozusagen ein sicheres System garantieren, das heißt, wenn sie sich als unfähig erweist, den Mechanismus zu entwickeln, bottom up, also von unten, transparent und offen, wird es unvermeidlich sein, dass Regierungen sagen, wir haben jetzt 15 Jahre eine Diskussion gehabt, das können wir nicht mehr gewissermaßen dieser sogenannten Community, die schwer zu definieren ist, was ist die Community unter juristischen Gesichtspunkten, das können wir nicht mehr überlassen und jetzt müssen wir das selber übernehmen. Das heißt also, das Risiko, dass das mündet in einer nationalen Fragmentierung des Internet, manche sagen auch die Balkanisierung des Internet, die sind relativ groß und das ist also in Sonderheit dann die Rolle der sogenannten Bricks-Länder, die also alle mittlerweile große Internet-Nationen geworden sind, China, Russland, Brasilien, Indien, Südafrika ein bisschen weniger, aber Brasilien, Indien natürlich sind mittlerweile erhebliche Internet-Mächte geworden und über China, Russland braucht man wahrhaftig nicht reden. China hat mittlerweile 700 Millionen Internet-Nutzer. Das ist für die chinesische Wirtschaft, also wenn Sie jetzt das verfolgt haben bei der Diskussion um Chinas Wachstum, wenn Sie sagen die New Normal, also dass Sie sagen, wir haben jetzt nur sechs Prozent Wachstum, dann wissen die Chinesen auch, dass also ihr Wachstum nicht mehr kommt noch durch mehr Stahlfabriken und durch mehr Zementfabriken, sondern dass sie das nur kommt durch Förderung von E-Commerce und Internetwirtschaft. Das heißt also die Förderung der Internetwirtschaft ist für die chinesische Staats- und Parteiführung eine oberste Priorität und es ist das Problem der Chinesen, wie sie also die Förderung des Internet aus wirtschaftlichen Überlegungen mit den Einschränkungen, die sie in dem Bereich der Menschenrechte dort vornehmen, wie sie das unter den Hut bringen. Das wird interessant sein zu beobachten, wie das also weitergeht. Bei den Russen ist es ein bisschen anders. Die Russen haben nicht so eine große Wirtschaftsunternehmen, da gibt es eigentlich nur Mail, Auri und Yandex als Suchmaschine und dann Kontakte als soziales Netzwerk, aber bei den Russen spielt der wirtschaftliche Faktor nicht so eine Rolle, deswegen sind die wahrscheinlich auch noch leichter mit den Kontrollen, könnt ihr da besser umgehen. Aber das wird eine heftige Auseinandersetzung werden, das heißt, wenn die Community nicht in der Lage ist, diese Ressourcen zu verwalten, dann werden wir einen massivem Einfall sehen von Regierungen, die sagen, also das müssen wir in der eigenen Hand nehmen, wieso sollen wir uns hier von den Community und Amerikanern vorschreiben lassen, wie das hier laufen soll, das werden wir also selber in die Hände nehmen. Und insofern gesehen ist das ein Test für die Leistungsfähigkeit des Multi-Stakeholder Internet-Governance-Modells, was jetzt seit 10, 15 Jahren vor allen Dingen bei ICANN, aber auch im Rahmen des Internet-Governance-Forum erprobt wird. Und der kritische Punkt könnte dann sein, diese sogenannte Gipfelkonferenz in New York im Dezember diesen Jahres, wo also die Ergebnisse des UNO-Weltgipfels zur Informationsgesellschaft aus dem Jahre 2005, die sogenannte Tunis-Agenda, 2005 gab es ja so ein Weltgipfel zur Informationsgesellschaft, der also auch sich mit dem Internet beschäftigt hatte. Und damals ging es um dieselbe Auseinandersetzung. Die Chinesen wollten dort ein zwischenstaatliches Komitee haben und die Amerikaner haben gesagt, das ist bei ICANN in guten Händen. Und im Grunde genommen hat man den Konflikt 2005 nur vertagt, sind jetzt zehn Jahre um. Und mich würde es nicht überraschen, wenn also dieser Konflikt wieder hoch kommt bei dieser bevorstehenden UNO-Gipfel- Konferenz, also dieser Überprüfungskonferenz von diesem Tunis-Agenda im Dezember in New York. Insofern gesehen ist so ein bisschen Wettrennen. Das heißt also, wenn die Community nicht in der Lage ist, sozusagen zu demonstrieren, dass sie ein Multi-Stakeholder, nicht-gouvernementales Mechanismus für das Managen von Names and Numbers produzieren kann, das ist natürlich Wasser auf die Mühlen diejenigen, die sagen, also das kann man denen nicht überlassen, das müssen wir jetzt, die Regierung müssen jetzt einschreiten und müssen das übernehmen. Das ist also die komplizierte Situation. Die wird noch kompliziert durch das, was hier der zweite Stabstrich ist, dass gegnete Jana-Transition auch in den USA selber vorhanden sind, und zwar die Republikaner im US-Kongress. Weil die werfen Obama vor, alles was Obama macht, wird natürlich von den Republikanern angegriffen, und die sagen, mit der Preisgabe, diese Aufsicht über Jana, würde er gewissermaßen eine Art amerikanischen, ein amerikanisches Symbol preisgeben und benutzen das mit großen Frontalangriffen auf diesen Vorschlag der Obama-Administration und wollen das also unterbinden mit verschiedensten Maßnahmen. Es gab jetzt in den letzten sechs, acht Wochen schon drei Hearings im US-Kongress, wo also Republikaner das massiv angreifen und wollen das also irgendwie unterbinden, weil sie eben nicht wie die Obama-Administration argumentiert, die argumentiert, das ist sowieso im Grunde genommen es hat keine Substanz, das ist eine symbolische Geschichte und wir verlieren substanziell nichts, wenn wir die symbollos wären, aber die Republikaner argumentieren gerade rumgedreht und sagen, ja das Symbol ist ganz klar, denn wenn wir das Symbol hat im Grunde genommen die Priorität und wenn wir jetzt uns da zurückziehen, das ist eine Einladung an die Chinesen und Russen, das Ganze zu übernehmen, also insofern gesehen wird an und für sich eine rein technische Ressource, wird in einer Art und Weise politisiert, die zum Schaden des Internet als Ganzes natürlich ausführen kann. Wie das ausgeht, das ist momentan ein großes Amtpisten, das sozusagen wird man sehen. für den Moment jedenfalls bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn wir noch Zeit haben für Fragen, will ich den gerne noch beantworten. Ich denke, für ein, zwei, drei Fragen ist Zeit, aber bitte zum Saalmikro kommen für die Aufzeichnung und den Stream. Gibt es Diskussionen bei ICANN oder so, die IPv4-Adressen zu versteigern, zu Marktpreisen, die ja dann existieren werden und die Gewinne, die daraus entstehen, letztendlich als Grundeinkommen der gesamten Menschheit zur Verfügung zu stellen? Also erstmal bei den IP-Adressen, die werden nicht von ICANN versteigert. Also wenn es einen IP-Adressenmarkt geben sollte, dann würde der wahrscheinlich unter dem Dach der RIOS, also die RIOS wollen auch damit kein Geld verdienen, also die regionalen Internet Registries, dann würden das wahrscheinlich die jenigen, was weiß ich wie eben die US-Universitäten, die also über solche IP-Adresspakete verfügen, die würden wahrscheinlich versuchen, da Geld draus zu machen. Das jetzt zu unterbinden, wird wahrscheinlich schwierig sein. Die Adressen sind zugeordnet und mehr oder minder können die da was machen und wo Nachfrage ist und jemand bereit ist zu bezahlen, der wird diejenige, der das hat, der wird sagen, also da nehme ich Geld dafür. So, es ist nicht ganz schwierig einzugreifen, aber das ist out of control von ICANN. Die andere Sache, wenn Sie über Auktionen ansprechen, ist die, dass bei diesem Programm um die neuen Domänen Namen, es ja, jeder konnte einen Namen bis zum bestimmten Datum beantragen und es gab insgesamt 1962 Bewerbungen für neue Top-Level-Domänen und etwa 120 Domänen wurden mehrfach nachgefragt, dort Web zum Beispiel oder dort Merck oder also verschiedene Domänen-Namen, da gab es eben zwei, drei, vier oder fünf Bewerber dafür, weil die dachten, das ist also eine tolle Adresse und in dem sogenannten Applicant Guidebook, was also 500 Seiten stark ist, dass die ganzen Regeln, wie also neue Top-Level-Domänen zugeordnet werden, definiert, ist also ein Verfahren vorgesehen, wenn es also mehrere Bewerber für eine Domäne gibt, wie das gemanagt werden sollen und da gibt es also drei, vier verschiedene Schritte. Das erste ist, ob die sich selber einigen können, ob da andere zurückziehen und so weiter, da gibt es also Mediationsverfahren und wenn das alles ausgereizt ist, dann steht am Schluss dieser Kette die sogenannte Auktion, das dann sagt so, Ican, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann bitteschön machen wir eine Auktion von denen, die übrig bleiben und das läuft jetzt momentan an und da ist, also Kenner konnte das für möglich halten, aber das sind wirklich mittlerweile 63 Millionen US-Dollar sind durch die Auktion in die Kassen von Ican gespielt worden. Das ist nicht wenig Geld und es ist, ich bin ja Mitglied im Board, es ist nicht das Interesse von Ican, jetzt diese Auktion zu befördern, um dort Geld rauszumachen, sondern wir verstehen sehr wohl, das ist eine öffentliche Ressource, die im öffentlichen Interesse gemanagt werden muss. Das Geld ist erst mal auf ein Sperrkonto gelegt und es wird jetzt eine sogenannte Cross-Community Working Group gebildet, die, wo alle Mitglieder der Community sozusagen eingeladen sind, Vorschläge zu machen, wie denn das Geld verwendet werden soll. Also insofern gesehen, so ein Vorschlag, das ist das Geld der Community, das wird also im öffentlichen Interesse, muss das auch wieder ausgegeben werden. Manche Sachen, es müsste an die Leute zurückgegeben werden, die für die Domain-Namen bezahlt haben. Andere Sachen, lasst uns das in Projekte in Entwicklungsländer stecken. Andere Sachen, wir brauchen das für Bildung und Forschung, die gefördert werden muss oder für Community-Projekte und so weiter. Und da wird jetzt ein Prozess in Gang gesetzt, wie dieses Geld, und das können noch mehr werden, wie dieses Geld dann ausgegeben werden sollen. Es gibt einen Fall, der, wo wir hatten gerade vor zehn Tagen in Los Angeles eine Boardsitzung wieder, wo wir uns lange mit beschäftigt haben und wo die Mehrheit des Boards gesagt hat, also wir müssen zusehen, wie wir dort eine Auktion vermeiden können, obwohl diese Auktion vielleicht extrem viel Geld in die eigenen Kassen spülen könnte. Und das ist Merck gegen Merck. Merck ist ja so ein Pharmaziekonzern. Die Brüder Mercks aus Deutschland, die haben sich danach 45 zerstritten. Der eine ist in den USA, der andere ist in Deutschland. Und die haben sich also mit dem Tretmarkt, beide benutzen ja denselben Marm, da haben die sich irgendwo geeinigt, wer in welchem Gebiet in der Welt Merckprodukte verkaufen kann. Aber es gibt nur eine dort Merck-Top-Level-Domain. Und die wollen nun beide haben. Und die sind wild entschlossen, bis aufs Messer zu reizen. Nun könnte man sagen, na gut, lass doch zwei solche Pharmakonzerne sich dort ausstechen, vielleicht kommen da 40, 50 Millionen in die Kasse. So, das ist nicht die Absicht von ICANN, das sage ich nochmal ganz deutlich. Wir wissen, das ist eine öffentliche Ressource und wir wollen sagen, also hier, denn die Kosten, wenn die da x Millionen ausgeben, die müssen ja dann am Schluss wieder die Kunden von pharmazeutischen Produkten bezahlen. Denn das ist ja nicht, dass die das aus ihrer Privatschatulle bezahlen, sondern die laden das hier um, das Geld, was sie ausgeben. Also wir wollen damit nicht als Geldtreiber, Geldeintreiber dastehen, obwohl die Öffentlichkeit natürlich schnell dabei ist, uns das in die Schuhe zu schieben. Das verstehe ich auch, aber das Entscheidende ist, der Prozess ist angelaufen und wenn Sie auf die ICANN-Website gehen, Sie werden sehen ungefähr, ich nehme an, sechs, acht Wochen wird diese Cross-Community-Working- Group, die wird da also eine Charter draften, wo also erstmal jetzt nach welchen Kriterien diese Gruppe arbeiten soll, definiert wird und dann besteht Möglichkeit für öffentlichen Kommentar, wenn Sie sich daran beteiligen, herzlich eingeladen. Jede Idee ist willkommen und je mehr Teilnahme auch von unten ist, desto größer ist auch die Legitimation von ICANN. Und da können Sie, kann ich Sie nur einladen, mitzuwirken. Das ist noch nicht entschieden und ich hoffe, dass wird in einem Sinne entschieden, die genau dem entspricht, was Sie vorgeschlagen haben. Also ich finde, dass die ICANN da sich dringend volkswirtschaftliche Gedanken machen muss, weil sie offenbar keine Ahnung hat, dass das Management einer öffentlichen Ressource zwangsläufig Gewinne erzeugt. Dann müssen Sie damit umgehen. Also das ist bei IP-Adressen das ist auch derselbe Fall, also bei IPV4, dass Sie sagen, ja die großen amerikanischen Universitäten haben jetzt diese riesigen Blöcke und können die verkaufen. Nee, nee, Sie können ja Blöcke zurückrufen, also die LDRs können die Blöcke zurückrufen und dann direkt schon in den Internet-Registries können alle die Blöcke zurückrufen. Das wird ja auch teilweise gemacht und demzufolge können Sie auch letztendlich über den Rückrufmechanismus und über das Änderung der Vergaberegelung den Marktpreis durchaus und den Marktpreis für IP-Adressen, der dann entstehen wird, auch selber mitnehmen und wenn Sie den Marktpreis, wenn Sie sagen, ja, also Ihr Universität oder wer auch immer, Ihr kriegt die IP-Adressen umsonst dafür, dass Ihr sie dann selber zu hohen Preisen verscheuern könnt, dann ist es nichts weiter als eine Privatisierung der Gewinne, was bei Universitäten vielleicht noch okay ist, aber da muss man sich ganz grundsätzlich Gedanken machen, die Gewinne werden verschoben, dasselbe beim Merck. Also es ist nicht mehr ganz so, dass man sagen muss, so also hier, also das ist falsch, als die damals vergeben worden sind, die Blöcke, da wusste ja keiner Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er Jahre. Ja, damals schon. So, wusste man nicht, dass das jemals eine ökonomische Dimension gewinnt. So erst als sich so im Jahr 2000 abzeichnet, es wird eng, kam man dann plötzlich raus. Mit dem Rückruf ist das eine komplizierte Geschichte. Sie können es nicht ganz ohne weiteres Rückrufen. Sie können Druck erzeugen und das haben auch manche Universitäten gemacht. Die haben dann Blöcke zurückgegeben, sodass dann plötzlich noch eine Reserve da war. So und, aber die Vorwärtstrategie eigentlich ist tatsächlich diese Transition zur IP Version 6 zu beschleunigen, weil sie damit dem Markt eigentlich am besten das Wasser abgraben und an für sich verhindern, dass so eine öffentliche Ressource Teil der Spekulationen wird. Gut, danke. Ja, ich habe eine Frage zu Domains allgemein. Also wenn ich jetzt mal schaue, wie ich das Internet bediene, dann tippe ich da gar keine Domains mehr ein, sondern meistens habe ich halt Bookmarks und rufe die einfach ab. Wenn ich schaue, wie meine Eltern das machen, die gehen auf Google und tippen da dann irgendwas direkt ein. Und diese Relevanz von Domains, die ist eigentlich immer weniger geworden über die Zeit. Was denken Sie jetzt darüber, wie wird denn das weitergehen? Werden die irgendwann völlig bedeutungslos und einfach durch Bookmarks und Suchmaschinen ersetzt oder werden die wieder wichtiger oder was ist denn da so Ihre Meinung dazu? Das ist eine gute Frage und da ist natürlich, also bin ich schnell auf dem glatt als durch Spekulationen, weil im Grunde genommen weiß es keiner. Solange zum Beispiel Winsurf Chairman des Boards von Google war, hat er immer also diese Einführung neuer Top-Level-Domains gebremst, weil er gesagt hat, genau wie Sie, das braucht kein Schwein mehr, Sie haben ja eine Suchmaschine. Natürlich ist er auch Vizepräsident von Google, hat er gesagt, also wozu braucht man neue Domäne, kommt zu Google, da findet er das schnell. Google hat sich aber um 100 neue Top-Level-Domains beworben. So, die Kosten für die Bewerbung waren 175.000 US-Dollar, das heißt also, diese 17 Millionen, die hat Google aus der Portekasse bezahlt, um sich also 400 Top-Level-Domains zu bewerben. Nun könnte man sagen, ja, wenn Google 17 Millionen dafür ausgibt, dann werden die wahrscheinlich Überlegungen haben, damit können wir was machen. Im Grunde genommen ist es so, wie Sie sagen, dass das keiner so richtig vorausschauen kann. Das Verhalten von heute sieht so davon aus, dass also die, gerade mit dem mobilen Telefon, wo geben Sie noch ein Mobiltelefon jetzt ein, www, was weiß ich wie, unsere Adresse medienstadt-leipzig.org. Also entweder Sie finden das irgendwo oder dann kommen Sie nie zu unserer Webseite. So, auf der anderen Seite ist es so, in der Debatte um neue Top-Level-Domäne, das ist immer so beschrieben worden, wenn Sie also jetzt eine Domäne haben bei .org, .net, .com oder .de, sind Sie immer Untermieter in einem Haus. Das ist wie, wenn Sie ein junger Mann sind, junge Frau, da nehmen Sie sich ein Zimmer irgendwo in einer Wohnung und wohnen dort zur Miete. Wenn Sie ein bisschen älter werden, haben der Familie, sagen Sie, eigentlich wäre es gut, wenn ich ein eigenes Haus hätte. So, und da ist dann wahrscheinlich ein Punkt, wo Sie sagen, wenn ich eine eigene Domäne habe, dann sozusagen kann ich im Grunde genommen meine virtuelle Identität ganz anders gestalten. Ich habe einen größeren Gestaltungsspielraum mit meiner eigenen Domänen, als wenn ich nur sozusagen Untermieter in einem Haus bin, wo ich meine E-Mail-Adresse habe und damit hat sich das. So, das wird davon abhängen, wie sich das Internetverhalten der nächsten Generation entwickelt. Ob die Erkenntnis, dass also Selbstbestimmung im Internet ganz wichtig ist und dass ich also nicht mich fremdbestimmen lasse. Und immer wenn ich also mehr in die sozialen Netzwerke und so weiter und alles outsource in der Cloud und lasse mich nur noch bedienen, da gebe ich Eigenbestimmung auf und lasse mich fremdbestimmen, lasse mich also manipulieren. Und wenn also Millionen oder Milliarden von Nutzern sagen, das ist okay, dann werden sie gegen dieses massenhafte Verhalten nicht aufkommen. Wenn aber Millionen und hunderte Millionen sagen, also ich will meine Selbstbestimmung als Individuum in dieser virtuellen Welt sozusagen gestalten, dann gehört neben vielen anderen Komponenten, also Kontrolle über Daten und so weiter, durchaus dazu, dass sie sagen, ich will meine eigene Domäne haben, da habe ich eine ganz andere Kontrolle drüber. So und das ist eben jetzt sozusagen die schwierige Situation, was die Prognose betrifft. Wie verändert sich das Verhalten der nächsten Generation von Internetnutzern, also im Grunde genommen der heute 15 bis 25 Jährchen. So erkennen sie, dass sie also eine eigene Identität haben, die sie dann auch gestalten wollen und müssen. So oder ordnen sich unter und sagen, das ist so bequem, ich muss das nicht machen. Die zweite Komponente ist allerdings auch so, dass und zwar, das ist mehr so die Marketinggeschichte, dass auf welchen Bleistift, auf welches bedruckte Papier, auf welchen Bierdeckel sie heute gucken, überall haben sie irgendwo einen Domäennamen drauf. Also das gehört also zu dem wichtigsten Marketinginstrument jedes Unternehmens, sozusagen jeder Kneipe oder irgendetwas. So und insofern gesehen werden also, wird der Nachfragen nach Domäennamen schon alleine aus diesen Marketinggründen, der Selbstdarstellung, der Außendarstellung, das wird bleiben. So wir haben jetzt etwa vielleicht 280 Millionen Domäennamen, das ist also der Domäne im Markt. Die neuen Domains, die gibt es jetzt seit knappen Jahren und da hat es also in dem knappen Jahr unter diesen ganzen, jetzt bald tausend neuen Generic Top-Level-Domains etwa sechs Millionen Registrierungen gegeben. Das ist nicht so toll. Also das ist nicht jetzt ein Big Bang gewesen. Man sagt so, jetzt gibt es neue Generic Top-Level-Domains und jetzt strömen Millionen von Registranten dahin, um den neuen Top-Level-Domains zu registrieren. Also es ist ein Markt, der teilweise saturiert ist, so der aber natürlich noch Perspektiven hat und die Perspektiven hängen eben von den beiden Komponenten ab, die ich gesagt habe. Das eine für mich wichtigere ist, dieser Gedanke der Selbstbestimmung, der also auch die eigene Domäne mit beinhaltet. Kostenmäßig ist das keine Barriere, so wenn Sie für 35, 50, 60 Euro im Jahr überlegen Sie mal so Rundfunkgebühren bezahlen. Da haben Sie also Ihre eigene Domäne haben, das ist kein Ding und dann können Sie das sozusagen Ihr virtuelles Leben selber gestalten. Oder Sie lassen das von jemand anders machen, von Facebook. Richtig, zahlen Sie gar nichts, aber Sie zahlen ganz schön drauf, eben mit Überwachung, Bespionierung und so weiter. Dankeschön. Vielleicht noch eine letzte Frage oder wenn es keine Fragen mehr, doch eine noch. Wer finanziert diese 13 großen Router in der oberen Hierarchie und auch in der zweiten Hierarchie und welche Industrie betreibt diese Router? Das ist ein sehr buntes Bild. Also zum Beispiel die 13 Rootserver, die wären teilweise von privaten, also es gibt zehn in den USA, einer in Japan, einer in Stockholm und einer in Amsterdam. Der in Amsterdam, den betreibt TribeNCC, also die Regional Internet Registry. Den in Stockholm, den betreibt die KTH, das ist die Technologische Universität in Stockholm, die das dann auch finanziert. In Japan ist es die Keo University, die ihn bezahlt. Also das sind eben akademische Einrichtungen, die das seit Anbeginn machen. Also diese 13 Rootserver sind in den 80 Jahren schon eingeführt worden. In den USA sind es zum Teil private Konsortien, zum Teil auch Universitäten. Ein betreibt ICAN und jeder Operator von diesen 13 ist im Grunde genommen selbstständig. So, das heißt also, er ist also weder an den A-Root-Server irgendwie gebunden, noch an irgendwie etwas anderes gebunden. Das ist im Grunde genommen ein gewachsenes System der freiwilligen Zusammenarbeit. Die sogenannten Anycast-Server, die 200 Server, die also horizontal an einzelnen Server dranhängen, zum Beispiel der L-Root-Server in Stockholm, der hat etwa so Verträge mit 80 Servern von Südafrika über Bayreuth bis sonst wohin. Das ist mittlerweile um die ganzen Globus verteilt. So, das sind im Grunde genommen auch sogenannten SLAs, Service Level Agreements, wo aber jetzt keine Finanzierung drin ist, sondern das ist nur, dass sie also genau spezifizieren, was sind die Aufgaben dann des A-Root-Servers aus der Kette der 13 und dem anderen. Und ansonsten aber sind das eben auch teilweise private Unternehmen an akademische Einrichtungen angebunden und etc. Sodass also es dort nicht ein einheitliches Finanzierungssystem gibt, das wird nicht von jemandem kontrolliert. Und weil es eben dezentral ist, deswegen eignet es sich nicht dazu, praktisch den tödlichen Schlag zu führen, indem ich sozusagen mit einem Knips irgendjemanden ausknipsen kann oder anknipsen kann. Sodass das, das ist eben auch die Grundidee des Internet war ja, ein dezentrales System haben, wo es keine zentrale Kontrolle gibt. So, das war damals als Schutz gedacht gegen einen russischen Nuklearschlag, dass sie sagten, wenn die Russen also ein Kommunikationszentrum bombardieren, dann ist unsere ganze Kommunikation dahin. Wir brauchen also nicht wie das traditionelle Telekommunikation oder Rundfunk, die alle zentralisierte Kommunikationssysteme sind. Wir brauchen ein dezentrales System, wo die Russen so viele Server zerbomben müssen, dass wir, wenn wir mehr Server haben als die Raketen, dann wird also unser System immer überleben. Das war so ein bisschen der Grundgedanke in den 60er-Jahren, in dem Katzenmauß-Spiel im nuklearen Zeitalter. So, was die Nebenserver betrifft, so ist das von den jeweiligen Registries. Und das sind auch staatliche Stellen, CNIC zum Beispiel in China, die also die dort CN-Domänen registrieren, die wird mehr oder weniger staatliche Stelle. DENIC ist eine sozusagen Genossenschaft in Deutschland, die also das macht. Die wird von den sogenannten Genossen finanziert. AT ist im Grunde genommen in Österreich. Das ist also auch eine aus dem akademischen Bereich gewachsene, dann eingetragener Verein, die das managen. Das heißt also, sie haben in dem Registry-Bereich ein breites Spektrum von privaten Unternehmen, also wie Affilias für .info oder Verisign für .com oder eben staatliche Stellen wie CNIC oder solche Mischformen, öffentlich-rechtliche Partnerschaften oder eben reine akademische Einrichtungen. Und da finanziert jeder sich selber. Im Grunde genommen ist der Betrieb eine Registry an und für sich ein, also das ist kein Business wie Facebook, aber davon kann man ganz gut leben. Also zum Beispiel jetzt gerade bei .Berlin, um das Beispiel zu bringen, das ging immer hin und her, wird sich das so rentieren für so eine neue Top-Level-Domain und man sagt so etwa bei einer Größenordnung von 40.000, 50.000 kann man, man braucht ja nicht viel Aufwand dazu. Sie brauchen ja also, das ist ja nicht, dass Sie hunderte Leute brauchen, um so eine Registry zu betreiben. Also mit 40.000, 50.000 sind Sie schon fast im positiven Bereich. Dort Berlin hat jetzt 160.000 registrierte Domain-Namen. Das ist noch nicht der Million-Deal, aber das ist schon, das ist schon erheblich. Und wir haben ja hier auch Initiativen gestartet, schon vor Jahren, also mit einer .Leipzig-Domain. Da ist dann die 170.000 sind nicht zustande gekommen und da haben wir das dann sein lassen. Momentan, sagen wir, die nächste Runde beginnt vielleicht 2018, 17, 18 und wir sind jetzt auch vom Verein dabei, im Rahmen des mitteldeutschen Forums, um mal zu gucken, hier in Mitteldeutschland, ob wir nicht so ein Paket zusammen schnüren mit ein paar Städten, dort Jena, dort Halle, dort Erfurt, dort Dresden, dort Leipzig und dort Magdeburg. Und zu sagen, wenn man das im Paket macht mit dem technischen Backup-Server, könnte man sich vielleicht darum bewerben. Das sind alles keine Riesengeschäftsmodelle, dass man damit viel Geld verdienen kann. Aber das würde zur Stärkung der lokalen Identität, würde das also beitragen. Deswegen also Selbstbestimmung, Identität, Marketing-Aspekte. Wenn man also solche Top-Level-Domänen für Städte in der Region hätte, wäre das im Grunde genommen nicht schlecht. Aber das ist nicht eine Frage von 2015 oder 2016. Die nächste Runde wird erst 2017, 2018 beginnen. Aber wenn man jetzt schon die Gedanken in die Richtung lennt und sagen kann, da könnte man vielleicht so ein Konsortium zusammenbringen. Also das sind, also ich beahne Skepsis auf Ihre Frage, wie ist die Zukunft des Marktes. Keiner kann das wirklich sagen, aber ich würde mal denken, ganz rückwärts wird es nicht gehen. Vielen herzlichen Dank, Prof. Wolfgang Kleinwächter von der ICAN. Einen Applaus vielleicht noch.